Äh, wer die Lampe hat, der bestimmt. Ich hab keine Wahl. So lange wir uns denn in die Mitte bewegen, wird uns Chini auch nichts tun. Und, ähm, sollte eigentlich kein größeres Problem darstellen. Für ihn müssen wir bloß den Oberauch geben. Jawoll. Die stehen natürlich jetzt an einem Punkt, wo man gar nicht angreifen könne. Das ist mir alles ungünstig. Ja komm, lass mich raus. Also, haben wir schon gesehen, man sollte einfach die Mitte der Arena einfach nicht betreten. Dann müsste es eigentlich schon aus werden mit ihm. Absて�. Auf sich. ich glaube er kann mich vorher treffen, ok bringt aber nix wie war das eigentlich im film, im film der genie konnte doch eigentlich gar niemand töten, das heißt der wunsch würde doch eigentlich nicht funktionieren komm beweg dich wieder jetzt komm wieder her, genau das tut weh das ist glaube ich war ziemlich der nervigste boss den es hier im kingdomhouse gibt das blöde gebrabbel geben auch auf die nerven vor allem man kann ja wirklich bloß ein kombi da machen wirklich selten, dass man wirklich einmal eine ganze serie von schlägen auf den anbringen kann genau komm her, trau dich ruhig endlich ich kann mir den mal ein wenig verprügeln ich will jetzt eigentlich gar nix dem hinterher zu laufen hat sicher auf dem jetzt wenig aufpassen müssen das genie schon fliegt er wieder weg wo ist das? ich will mich nicht leid fliegt ich will mich nicht leid ich will mich nicht leid ich will mich nicht leid da von mir du komm her schnell schnell ausutan tut mir wirklich leid FLIT komm her Das ist die HP-kugel hier. Punkt her. Punkt her. Hau das ab. Okay, ja. Mal sehen! Hau das ab! Hau das ab. Hau das ab! Weist du nicht! Töne, ne? Töne! Ich muss ja auch mal aus der Distante anzugreifen und komm her! Genau, komm her! Ich hab jetzt aber eine gute Chance versaut. Jetzt können wir den Spiel wieder nicht angreifen. Tut mir wirklich leid! Schnell, schnell aus dem Weg! Genau, komm her, damit ich endlich mal irgendwie arbeiten könne. Gehs mal langsam auf den Nerv. Genau, komm her! Genau! Endlich! Die Kraft der Költe erhalten! Eis hat sich zu Eisrauber weiterentwickelt! Puh! Okay, jetzt haben wir ihn endlich besiegt! Hat ja mehr als lang genug gedauert! Genie! Genie! Mein letzter Wunsch! Mach mich zum Allermächtigsten aller Genies! Gehs! 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 Eure Gehs! Und dann... Gehs! Und dann... Und dann... ... Die... die... wird... Die Lampe, wir müssen schon was Lampe kriegen. So, im Endeffekt konzentrieren wir uns jetzt auf Yago, der die Lampe hält. Das ist eigentlich unser Ziel. Und wir müssen einfach nur schauen, dass uns Chafar nicht erwischt. Komm her Yago! Ich bin ein bisschen leichter als vorher. Einfach, weil man einen Gegner hat, den man auch irgendwie angreifen kann. Und das bisschen Auswahl inzwischen drin, das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Okay. Jetzt sind wir weiter drauf. Immer drauf auf die Mutti! Was macht der jetzt? Wo er denn jetzt sind? Wie da ist er. Wo ist er denn jetzt? Ja, endlich. Er ist jetzt im Moment auch der Filmbewegung. Der will ich gar nicht. Wo ist jetzt Yago? Jetzt bleibt der endlich mal da. Endlich! Endlich! Flattert der jetzt schon wieder hin? Oder gar nicht! Dann geht's! Dann nehmen wir mal Hallen zwischendrin. Okay. Er ist kaputt. Jetzt könnten wir ihn allein fertig machen, wenn wir müssen. Oh, du bist glücklich. Okay, ne, da steh ich wieder auf. So, hätten wir das auch geschafft.